At the Carnival 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 Also, dieses Video ist für Alicia LPS Fanshow denn sie ist halt halt eine besondere Person für mich und ich mag sie auch wirklich sehr und ja du bist auch gut befreundet finde ich und ja, ich hab auch was für dich gemalt falls du dieses Video ansiehst ich hoffe es mal wenn es extra für dich gemacht dann ja, ich hoffe es gefällt dir und dann, bye Also bis durch So Alicia, ich wünsche dir noch einen schönen Geburtstag und ja, ich hoffe mal du hattest bei diesem Video Spaß wie du siehst, habe ich da ein kleines Musikvideo von Alicia LPS hinzugefügt und ja also, ich hoffe es hat dir gefallen und natürlich euch auch allen und ja, bye Leute und noch viel Spaß an diesen Tag also noch viel Spaß ja und noch viel Spaß und noch viel Spaß